Hallo Leute, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und zwar habe ich gedacht, ich könnte mal wieder eine Verlosung starten, oder? Das habe ich doch schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht und ich finde es toll, wie ihr mich unterstützt und möchte euch damit vielleicht so eine Kleinigkeit zurückgeben und ich habe gedacht, deswegen mache ich jetzt eine Abonnentenverlosung. Was passt da besser, als wenn ich euch vier schöne Päckchen mache, die ich euch jetzt erst mal vorstelle. Number one, ein Bilou-Köfferchen, die sind ja total gehypt gerade und schwer zu kriegen. Da sind Bilou-Schäume drin in so einer etwas kleineren Größe und ein Handtuch, natürlich von Bibi. Also das hier wäre das erste. Dann habe ich noch drei Päckchen zusammengestellt mit Schminke. Da ist einmal dieses Päckchen hier, bestehend aus vier Lippenstiften von Trended Up. Die vier Lippenstifte sind alle matt und ich fand die Farben einfach sehr, sehr schön. Die sind sehr unterschiedlich und alle auf jeden Fall cool kombinierbar. Und dann habe ich natürlich auch noch dieses Lippenstift-Set. Das sind auch wieder vier Lippenstifte von Trended Up. Diesmal alle glänzen, also beziehungsweise einfach nicht matt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und die Farben haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir noch gedacht, stelle ich euch so ein kleines Beauty-Paket zusammen. Da ist ein Lippenstift enthalten in einem sehr schönen klassischen Rot, ein Gesichtspuder, ein Nude-farbener Nagellack und eine Lidschattenpalette, die auch so in braunen Nude-Farben gehalten ist. Und bevor ich euch sage, wie ihr die Sachen gewinnen könnt, sage ich euch gleich noch vorab, dass ich auf Instagram, dort heiße ich Lenas Lifestyle, verlinke ich euch natürlich in die Infobox, dass ich da gerade auch ein sehr cooles Gewinnspiel am Laufen habe und die nächsten Wochen auch noch mehr online gehen wird. Also da solltet ihr auch aktiv sein und auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und wenn ihr diese vier Sachen, die ich jetzt eben gezeigt habe, gewinnen wollt, dann solltet ihr mir einen Kommentar da lassen, in dem ihr schreibt, welches Päckchen ihr haben wollt. Also Bilou, matte Lippenstifte, shiny Lippenstifte oder das Nude-Paket. Schreibt mir das einfach in die Kommentare und schreibt mir auf jeden Fall auch noch in die Kommentare, was ihr in der Weihnachtszeit von mir sehen wollt. Also was ihr da für Videos einfach von mir haben wollt. Natürlich gilt das Gewinnspiel für meine Abonnenten. Also ihr solltet auch Abonnent von meinem Kanal sein und dann war es das auch schon. Falls ihr gewinnen solltet, brauche ich natürlich die Einverständnis eurer Eltern, wenn ihr noch unter 18 seid. Und das war's. Also es ist echt nicht viel. Und vergesst nicht auf Instagram vorbeizuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!